Boomer von euch werden sich noch erinnern, es gab ja so einen Schwachsinn wie Full House, aber selbst bei solchen Serien wie Full House wurde ja über 20 Minuten noch eine kohärente Geschichte erzählt. Selbst das ist nicht mehr kasualisiert genug für jemanden, der keine Aufmerksamkeitsspanne mehr übrig hat oder sich dieses Investment gar nicht geben will. Und ich denke, das wird auch solche Business-Unternehmen wie Netflix jetzt stark treffen, weil das ist im Prinzip klar. Netflix ist sozusagen genau so ein Mittelding gewesen, was auf diesen Internetplattformen schon auch losging und so, aber wer hat eigentlich Zeit oder wer nimmt sich noch die Zeit, sagen wir mal in einigen Jahren, das auch noch zu machen. Also Full House wurde ersetzt durch, was weiß ich, ein SpongeBob-Meme oder so, was fünf Sekunden lang Spaß macht und dann wird weitergescrollt oder eine Katze, die durchs Bild springt und mich überrascht. Und Sucht in dem Sinne ist natürlich das viel, viel bessere Abo-Modell, weil es eigentlich garantiert, dass man zurückkommt. Und diese Form von Abhängigkeit, das ist da, wo wir wieder an das Herrschaftsfraktal in dieser Beschreibung dran koppeln.